In den Slums von Nairobi kostet eine Frau weniger als ein Bier. Prostitution ist für viele Frauen trotzdem die einzige Einnahmequelle. Viele mussten sich schon als Mädchen allein durchschlagen und verkaufen. Eines unserer Themen jetzt in Global 3000. Willkommen. Eigentlich ist Prostitution in Kenia verboten. Das heißt natürlich nicht, dass es sie nicht gäbe, sondern nur, dass die Frauen häufig verhaftet werden und sich nicht an die Polizei wenden können, wenn ein Freier sie verprügelt oder nicht bezahlt. Dazu kommt die Angst vor Aids. Hilfsorganisationen versuchen einen Ausweg zu zeigen. Weg vom Straßenstrich. Trotzdem gibt es für viele Frauen keine Alternative. Frei und selbstbestimmt leben. Das würden gerne auch lesbische Frauen und schwule Männer in Afrika. Doch fast überall auf dem Kontinent werden sie verfolgt. In Uganda sollte vergangenes Jahr die Gefängnisstrafe drastisch verschärft werden, auf lebenslänglich. Präsident Museveni hatte schon das entsprechende Gesetz unterschrieben. Doch Menschenrechtsaktivisten wie Kasia Nabagisera gingen erfolgreich dagegen vor, auch weil es international viel Unterstützung gab. Nabagisera ist eine der bekanntesten Kämpferinnen Afrikas für die Rechte Homosexueller und riskiert dafür auch ihr Leben. Jetzt bekommt sie den alternativen Nobelpreis. Die Jury sieht in ihr eine der mutigsten Frauen des Kontinents. Wir haben uns rund um den Globus auf die Suche gemacht. Nach denjenigen, die genauso alt sind wie dieses Jahrtausend. Was bewegt die 15-Jährigen dieser Welt? Was sind ihre Wünsche und ihre Träume? Für unsere Serie I am Millennium waren wir diesmal auf Nives, einer kleinen Insel mitten in der Karibik. Wie wohl Schumari die Welt sieht, wenn er doppelt so alt ist? Und was glauben Sie, wie es im Jahr 2030 aussieht? Das haben wir Menschen aus aller Welt gefragt. Hunderte Tier- und Pflanzenarten gelten als verschollen. Die einen wurden in den letzten Jahren nicht mehr gesehen, andere vermissen Biologen schon seit einem Jahrhundert. Das asiatische Einhorn dagegen haben die Wissenschaftler überhaupt erst vor 23 Jahren entdeckt. Obwohl es vermutlich eine uralte Art ist. Schon seit mehr als zwei Millionen Jahren soll das Tier in einem Wald zwischen Vietnam und Laos leben. Saola, Spindelhorn, nennen es die Einheimischen. Die Forscher würden das Saola gerne vor dem Aussterben bewahren. Dafür müssten sie es allerdings erstmal finden. Für Europäer ist ein Brot frisch, wenn es am gleichen Tag gebacken wurde. Marokkaner haben da höhere Ansprüche. Dort wird Brot gerne erst vor den Augen des Kunden gebacken. Und der kann sich dann gleich noch aussuchen, mit welchen selbstgemachten orientalischen Köstlichkeiten das Brot belegt werden soll. Unser Global Snack kommt heute aus Rabat. Falls Sie jetzt Hunger bekommen haben, auf unserer Website finden Sie noch viele andere Snacks aus aller Welt. Hoffentlich bis bald also. Spätestens bis nächste Woche zu einer neuen Ausgabe von Global 3000. Tschüss.